guten tag liebe community guten tag ich begrüße euch zu meinem neuen video im europäneur kongress immobilienprofis oder selbsthilfegruppe selbsthilfegruppe oder immobilienprofis kann man sich drehen wie man will ich möchte euch ein bisschen meinen eindruck mal wiedergeben den ich von dieser veranstaltung hatte und ja erstmal ich habe nicht die gesamte veranstaltung gesehen ich habe hier und da mal reingeschaut weil ich nämlich angst hatte dass mir irgendeiner am ende etwas dafür berechnet ja weil es war ja so diese veranstaltung also nach meinem nach meinem nach meiner erinnerung war das ja so zuerst hieß es es wird veranstaltungen geben wo man karten für kaufen kann vip karten und irgendwie also vip karten oder wie ich sie gerne nenne selbstbeweiherungskarten und halt normale silber bronze glaube ich gab es mal vielleicht war das auch das jahr davor auf jeden fall gab es dann also wir wissen ja alle deswegen corona ja oder wie die alu hut träger gerne sagen wegen der grippe diese veranstaltung nicht möglich war also war es so dass du dass du das nicht blendet ein bisschen das war so dass du ja dann ein online ticket kaufen konntest ja quasi dass du dann online da dran teilnimmst ja und das gegen bezahlung und dann auf einmal war es so ja dass die behandlung ich meine die veranstaltung kostenlos war auf einmal du musst es nur du musst es nur deine sind nicht nicht deine seele verkaufen oder angeben sondern du musst es eine e mail adresse angeben und dein namen ja damit du dann daran teilnehmen kannst natürlich habe ich das nicht gemacht weil ich mir gesagt habe ich bin schon auf so viel porno seiten angemeldet ja ihr wisst ja alle hier thema herz kreislauf übung ist ja im moment in aller munde war das jetzt schon wieder eine anspielung auf auf lace und sowas man kann ja nichts mehr sagen ohne dass irgendwie ein verweis zum bummstagebuch gemacht wird auf jeden fall hatte ich meine daten natürlich nicht eingegeben und am tag der veranstaltung hat mich dann jemand gefragt ob ich denn auch daran teilnehmen würde habe ich gesagt nö habe dann aber aus neugierde das bei youtube eingegeben und siehe da auf einmal war ich umsonst drin in der in der in der mappet show jetzt beinahe gesagt ich will ja gar nicht abwerten bedingungsbumsen ach jetzt habe ich wieder bumsen gesagt also auf jeden fall in bei dem immopreneur kongress ich muss ja aufpassen was ich sage weil es gibt ja leute die wollen dann anwalt nicht gegen mich vorgehen wenn ich denen geschäft schädige da komme ich aber auch gleich noch zu ja auf jeden fall war ich dann drin in dieser veranstaltung ja kostenlos ohne registrierung ohne alles dann denke ich mir was soll das denn jetzt bitte was soll das bitte im vorfeld zu 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 veröffentlichen dass die dass die dings geld kostet dann auf einmal kostet es kein geld du musst dich aber registrieren und am ende des tages kommst du da ohne jegliche registrierung rein da tut sich natürlich der verdacht auf ja ist das vorher ein adress sammeln gewesen oder nicht hier bildet euch eure eigene meinung ich gebe immer nur denk anstöße ja und ja dann war ich auf jeden fall drin in der veranstaltung die war auch hier und da war sie auch inhaltlich gut muss ich auch sagen ja der investment bank hat einen recht ordentlichen vortrag gehalten hat zwar ein paar passagen von mir geklaut ja mit caritas und sowas ist ja mein spruch eigentlich aber gut gerald das seid ihr verzehn und ja und dann wie gesagt war ein paar gute sachen dabei aber ansonsten hatte ich hier und da echt den eindruck ja ist das jetzt so eine selbsthilfe gruppe immobilien was was machen die da ja ihr habt alle gesehen was da teilweise ja ja oh yeah ich mach den größten großen deal da frage ich mich wie soll das gehen wenn die da alle hocken inklusive dem patienten am bildschirm und die wollen alle den nächsten großen deal machen wie sollen das gehen ja den nächsten großen deal macht wenn dann nur einer ja und das der baba aller immobilieninvestoren der 30 mehrfamilienhäuser in einem jahr gekauft hat könnt ihr ja selber bei bundesanzeiger punkt net mal die daten eingeben naja auf jeden fall war das schon recht amüsant ja teilweise was da versucht wurde für einen witz rüber zu bringen da kann ich nur sagen entweder man ist lustig oder man ist es nicht man sollte es nicht probieren deswegen drehe ich meine videos auch immer frei raus aber auf jeden fall habt ihr für viel unterhaltung gesorgt dafür möchte ich mich bedanken das möchte ich auch neidlos anerkennen dass ihr uns sehr viel selbstschämen beschert habt das war das war gut auch die liebe supermaklerin geht ein gruß raus an sie die hat dies mir ja gefolgt eine zeit lang nachdem ihr account gehackt wurde sie mir gefolgt auf meinem account mit ihrem neuen dann habe ich werbung für sie gemacht dann ist sie mir wieder entfolgt ja also trotzdem schönen gruß an die supermaklerin war eine geile sache ja den jakob mehreren zu fragen ob du seine objekte verkaufen kannst dass uns allen klar ist dass du das für publicity gemacht hast das weißt du auch aber ich muss hier wirklich neidlos anerkennen das hast du clever gemacht weil du bist in aller munde allein bei mir hatte das video glaube ich über 4000 aufrufe also von daher hast du dein ziel erreicht und ich finde es mega fand es wirklich mega lustig und ich glaube da ist ja auch keiner böse drum ja warte mal kurz was chef ja ne ne ich mache hier nur grad ich mache hier gleich ein sekt auf zum sekt trinken was nein ich drehe kein video über eine sekte ich habe hier ein sekt den mache ich gleich auf den können wir gleich trinken ja in der mittagspause aber chef ja nein nix sekte das ist keine sekte gott also bitte so aber ja ansonsten was war mein eindruck mein eindruck von der veranstaltung war unter anderem auch ja das ist eine selbstbeweicherung war seinesgleichen ja die haben ja wie die kanickel haben die ja die haben ja wie die kanickel nein nein nicht das was ihr denkt der war zwar da ja ne der war zwar da aber ich hoffe doch dass er da eine andere mission hatte ähm nein die haben sich wie die kanickel gegenseitig interviewt der den der mit dem dann der auf dem der über dem der über den der über den also ganz ehrlich leute die ganz neben diesen ganzen coachings ja die leute haben eure interviews auch satt ich meine ich gebe auch ein interview wenn ich davon überzeugt bin dass die person interesse an meiner person hat oder an meiner arbeit hat ja ich habe etliche interview anfragen schon abgelehnt aber das was ihr da getrieben habt da der interview den und der interview den der macht es auf seinen youtube kanal der macht es auf sein der anna hat in drei tagen 400 aufrufe der anna hat 200 aufrufe ja und dann wurden teilweise ja in videos auch wurde auch über den anti coach gesprochen ja und da wurde behauptet hier wie rumpelstil ziehen würde ich da weißt du ganz ehrlich euch geht doch allen der stift hier euch geht doch allen der stift sonst würdet ihr damit nicht über mich reden wenn es ein ich habe es schon mal gesagt wenn eine einzige person das schafft aus seinem scheiß office mit dem smartphone die coachingbranche oder anbieter zum wanken zu bringen dann stimmt was mit eurem geschäftskonzept nicht ja und denkt bloß nicht ich würde keine informationen kriegen es ist mir zugetragen worden wie eins beim essen gesagt hat ja wenn der mein geschäft schädigt muss ich mich mal anwaltlich beraten lassen na dann mach es doch dann machst du mir noch einen gefallen damit dann lass dich doch von deinem anwalt beraten ja der einzige der wohl cool reagiert hat war der war der fix und flip opa ja der hat wohl gesagt dass er das gut findet was ich mache das spricht ja schon mal dafür dass er eventuell doch ahnung hat von der materie ja weil ich sage es noch mal die guten coaches die müssen sich über meine arbeit freuen ja und wenn sich leute anwaltlich beraten lassen wollen dann geht ihnen der stift ganz einfach dann geht euch der stift ja beim essen wird über den anticoach geredet in videos wird über den anticoach geredet ja der anticoach der der spricht die wahrheit aus der betreibt real talk der zeigt der hält einigen den spiegel davor manche nehmen es an manche nehmen es nicht an ja und dann sind wir schon beim thema ja bei der von der mit über die homepage von 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 der emopreneur veranstalter beziehungsweise die adresse lautet ja www.thomasknedl.de hier habe ich screenshots leute ja da habe ich schon mal drüber geredet da stand in der vergangenheit folgendes drin unter anderem ich zitiere von www.thomasknedl.de stand drin jobs wurden nicht nur vereinzelt gekündigt sondern sogar in serie habe ich hier schwarz auf weiß habe es mir ausgedruckt natürlich vorher die seite ist ja mittlerweile geändert worden ja im location hatte wenigstens die eier zu sagen ja dieser satz den du da bei uns kritisiert hast der war vielleicht nicht optimal den korrigieren wir aber von der emopreneure ecke kam gar nichts da wurde einfach die seite geändert naja gut ist ja immerhin ein erfolg da hat es der anticoach geschafft ja dass ihr eure werbesprüche ändert wobei ich sie immer noch nicht 100 prozent in ordnung finde aber gut und dann stand hier drin blablabla in gruppen haben wir eine also in vereinzelten gruppen haben wir eine jobs job kündigungsquote von über 60 prozent erreicht schwarz auf weiß und ich habe screenshots mit datum wann ich die gemacht habe das waren die angaben in der vergangenheit von www.thomasknedl.de das ist also der anspruch dass man sagt jetzt auf der neuen homepage steht das ja auch so drin der text wurde etwas geändert da steht dann halt nur noch drin job kündigungsquote in einen vereinzelten gruppen von 60 prozent also nicht mehr erreicht sondern 60 prozent da würde ich sagen lieber thomas knedl ein tipp von mir liebe emopreneur veranstalter ein tipp von mir lasst bitte bloß nicht eure mitarbeiter daran teilnehmen ja lasst bloß nicht eure mitarbeiter da dran teilnehmen weil sonst seid ihr se los unter umständen dann sind sie weg dann machen die da mit ja und gehören vielleicht zu den 60 prozent früher über 60 prozent ja dann sind sie weg deswegen da würde ich aufpassen die war eine weitere frage die ich mir berechtigterweise stelle warum habt ihr denn den satz da raus genommen mit dem das vereinzelt dass leute nicht nur vereinzelt gekündigt haben sondern sogar in serie warum habt ihr das denn rausgenommen das würde mich mal interessieren ich weiß da kommt keine antwort aber das würde mich interessieren weil war das gelogen oder was stelle ich mir jetzt die frage war das gelogen dass leute bei euch in serie kündigen oder nach den seminaren oder habt ihr einfach gesagt nee das ist so die kündigen alle in serie übrigens bei mir hat es bis heute noch keiner gemeldet also oder habt ihr gesagt nee das ist so steht ihr nach wie vor dazu dass die leute dann in serie kündigen aber ihr wollt vielleicht nicht mehr so auf die kacke hauen weil ihr so viele bewerber habt sonst kommt ihr dann nicht mehr nach oder was ist der grund warum dieser satz dann doch entfernt wurde war es so wie bei der immokation dass sie gesagt haben okay der spruch ist scheiße den wir da gebracht haben die hatten ja auch mal so einen satz da drin wo dann drin stand sinngemäß nach der masterclass wirst du eine rentable immobilie besitzen da habe ich auch gesagt damals ja so zur immokation über ja in einem video habe ich gesagt was was bedeutet das verkauft ihr mir das objekt dann oder was weil diese aussage suggeriert ich werde ein objekt danach ein rentables besitzen das heißt ihr müsst mir das auch verkaufen ja dann haben die den satz rausgenommen haben anerkannt dass das vielleicht unglücklich formuliert war deswegen auch respekt an immokation ja aber kommt außer irgendwelchen tischgesprächen dass man sich einen anwalt nehmen will kam bisher dann kommt halt mit eurem anwalt das wäre ja der ritterschlag für mich wenn ich im nächsten video mache und eure abmahnung in die kamerade fragt mich nur für was für meine freie meinung oder oder für eure sprüche ja komme ich an und sage ich gründe jetzt eine coaching agentur ja ich könnte ja ein gewerbe anmelden kann ja jede hanswurst machen ja kann ja jede ex-beamte jede hanswurst jeder jeder pimpf kann ja eine coaching firma gründen dann könnte ich ja eigentlich eine coaching agentur gründen und könnte euch dann abmahnen lassen für solche sprüche weil ich einfach sage das gefällt mir nicht zum beispiel ja aber sowas macht der anti coaching wir regeln unsere dinge ohne ohne ich regel meine dinge ohne anwalt ja wir sind ja auch quasi nachbarn ja wir sind ja beide in hessen gut so und dann gut also wie gesagt thomas knedl oder dem oponör veranstalter oder wer auch immer haben ihre seite umgebaut dafür das kann man auch ruhig sagen die ist verbessert worden definitiv ja aber so sprüche wie zum beispiel was ich da letztens bei youtube gelesen habe dass das zum beispiel weil es steht ja unter thomas knedl.de der thomas knedl dafür nicht verantwortlich ist das machen ja mitarbeiter von ihm sowas lasse ich überhaupt nicht gelten der der verfasser oder der namensgeber dieser seite oder der impressum steht der ist verantwortlich dafür und da gibt es keine entschuldigung das waren mitarbeiter das ist ja so wie damals bei der afd wo die gesagt haben da ist ein mitarbeiter auf der maus ausgerutscht und hat dann zum nazi spruch oder den rechten spruch geschrieben also so so in die schiene will ich das jetzt gar nicht nehmen aber jeder ist für seine seite verantwortlich ob du mitarbeiter hast oder nicht ja es sei denn die haben anrufe gekündigt weil sie bei den 60 prozenter weisen ein teufelskreis also eigentlich ist es richtig scheiße du hast ein produkt wo die leute teilweise in einzelnen gruppen 60 prozent der teilnehmer kündigen früher sogar in serie mittlerweile nicht mehr ja steht zumindest nicht mehr auf der homepage du hast so ein produkt ja willst das verkaufen aber seine mitarbeiter hauen die alle ab das ist natürlich dann auch scheiße ja so kommen wir zur neuen seite da lesen wir wieder das übliche ja ich zitiere wieder von www.thomas knedl.de da haben wir wieder das typische werbe gelaber hätte ich fast gesagt und zwar ist hier davon die rede dass die masterclass natürlich für alle geeignet ist für quereinsteiger für berufstätige für investoren für unternehmer du musst dich natürlich bewerben die plätze sind beschränkt bla 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 warum fliegen die scheiße wieder zurück zu mir was soll denn das anticoach zieht das magisch an wundert mich dass mir die nasa nicht läuft ja so und halt die typischen dinge ja du musst dich bewerben und bla und ob du zu uns passt und hier und so und jetzt pass auf jetzt kommt es hier steht unter anderem drin wie wir dich ganz individuell bei deinen mehrfamilienhaus deals unterstützen können das steht da zum beispiel drin dann steht drin zum beispiel selbstverständlich geht es in der immopreneur masterclass um die richtigen akquise strategien bla 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 okay und dann achtung jeder investor entwickelt mit der zeit seine präferierte strategie die am besten zu seiner persönlichkeit sei neigung aber auch zum standort passen bla 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 und hier steht es auch wieder drin immer wieder höre ich von meinen teilnehmern dass sie ihren job aufgegeben haben da sie nun genug deals machen in einer gruppe in einer gruppe steht jetzt hier hier steht jetzt in einer gruppe bei anderen in der vergangenheit stand da in vereinzelten gruppen also in mehreren die mehrzahl jetzt ist nur noch von einer gruppe die rede das heißt es könnte sogar rein theoretisch sein es war eine kleine dreier gruppe ja alle drei zusammen in einer gruppe und dann haben zwei gekündigt dann hast du über 60 prozent kündigungsquote das ist richtig wenn man das einmal geschafft hat sollte man natürlich das auslutschen bis zum sandnimmel jetzt habe ich schon wieder lutschen gesagt also dieses pu-buch das verfolgt mich auch überall hin naja gut also auf jeden fall steht dann hier ich zitiere in einer gruppe haben wir sogar eine job kündigungsquote von über 60 prozent erreicht steht hier wieder drin ja so hier steht es wieder drin bei der auf der seite www.thomasknedl.de steht ich gehe hier gerade nochmal rein dass ihr es nochmal seht ja oder dass ich euch nochmal vorlesen kann zitieren kann ja hier steht das drin mit hier hier steht ganz dick als blaue überschrift steht hier in einigen gruppen haben wir eine job kündigungsquote von 60 prozent ausrufezeichen dann werden hier so ein paar patienten also beziehungsweise paar teilnehmer interviewt da komme ich auch gleich noch mal zu ich habe mir eins angehört davon ja das steht da drin in einigen gruppen haben wir eine job kündigungsquote von 60 prozent dann ist aber der werbemann hingegangen hat scheinbar den alten spruch nochmal übernommen denn hier steht drin weiter unten und zwar unter dem bei bei den faqs oder wie man das nennt bei fragen häufige fragen zur masterclass überschrift lerne ich auch den ankauf von immobilien bei euch steht hier drin immer wieder höre ich von meinen teilnehmern dass sie ihren job aufgegeben haben dass sie nun genug duit machen in einer gruppe haben wir sogar eine job kündigungsquote von über 60 prozent erreicht auch wenn du nicht gleich deinen job an den nagel hängen möchtest lernst du wie du nicht nur lukrative deals findet sondern wieso sie auch sicher an land bla 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 also spruch habe ich jetzt oft genug wiederholt einmal steht so da einmal steht so da bildet euch bitte eure eigene meinung dazu ob das ob das ob das seriös ist oder ob das okay ist dass wenn man immobilien deals macht dass man seinen job kündigen sollte überlasse ich jedem selber ich schließe hier nur vor was hier steht sage meine meinung dazu aber der hauptpunkt was ich hier gelesen habe ist jeder investor entwickelt mit der zeit seine seine präferierte strategie die am besten zu seiner persönlichkeit das steht hier so und was steht hier drin ganz oben ja bei www.thomasknetl.de die überschrift auf der homepage leistet für quereinsteiger und fortgeschrittene investoren und dann steht hier kopiere den genauen prozess mit dem ich in den letzten jahren ein bestand von 50 plus mehrfamilienhäusern aufgebaut habe also du sollst natürlich das ding eins zu eins kopieren das ist ähnlich wie in dem video wo ich letztens gesagt habe wo ein coach gesagt er würde etwas buchstaben getreu umsetzen ja hier schreiben die auf der seite dass du den prozess genau kopieren sollst und wenn du ein bisschen rundestrollst sollst du dann doch deine eigene strategie entwickeln also was ich damit sagen will es ist wie bei jedem anderen anbieter auch ja ob das jetzt immopreneur ist immocation ist immocash flow ist vermieter tagebuch ist was gibt es noch alex lang gibt es kindergarten cops und was weiß ich was es alles gibt ja am ende hört ihr überall die gleichen sprüche darum geht ja darum geht es einfach und da möchte ich einfach euch die augen öffnen dass ihr da vorsichtig sein sollt und einfach nicht alles glauben sollte kommen wir doch noch mal kurz auf die kandidatin oder teilnehmerin die da interviewt wurde leider hat sie nicht gesagt dass sie gekündigt hat andererseits gebe ich auch gar nicht auf solche interviews wenn da einer sagen würde dass er gekündigt hat ja nur weil sie einen vor die kamera schleppen im frenzy style ja so wie im occasion das gemacht hat ja mag sein dass die leute investiert haben und da stolz drauf sind ich glaube eher dass solche solche leute nur nach vorne gestellt werden um andere anzufixen ja was sagt sie sie will in der mehrfamilie sie will mehrfamilienhäuser aufbauen in der familie mit ihren geschwistern oder sowas habe ich wohl verstanden und was hat sie und dann dann war das so das lief ja so ob das der typ der sie interviewt hat das war ja wie ein polizeiverhör frage gestellt wo waren sie am abend des 8 november wo waren sie also gut interviews kann man eigentlich auch ein bisschen charmanter führen aber das nur mal als kleiner verbesserungsvorschlag naja die frau hat sich was sagt sie zu dem was hat sie zur masterclass gesagt haben sie hat weder gesagt dass sie was gekauft hat sie hat weder gesagt dass sie gekündigt hat sie hat einfach gesagt dass sie sich kleine tipps und tricks erhofft dass sie netzwerken will netzwerk war irgendwie das über alles ja also wenn meine empfehlung ist wenn man netzwerken geht auf kostenlose stammtisch in eurer region was bringt euch ein netzwerk von irgendeinem der in san timbuktu oder sowas wohnt ja aber okay sie will kohlenvestoren finden da frage ich mich hä sie will doch mit ihrer familie investieren also wenn man mit der familie investiert ist schon schlimm genug ist meine persönliche meinung ich würde meinen dienst lieber immer alleine machen und dann auch noch kohlenvestoren finden das sind irgendwie alles die sprüche die ich hier so gehört habe auf der homepage auch netzwerk kohlenvestoren tipps tricks also ein schellen wer böses dabei denkt ja und dann sagt sie thomas hat uns versprochen tipps zum renovierung die kosten uns noch zu sagen also herz zu dem zeitpunkt noch nicht gemacht gab er hatte es nur versprochen da würde ich sagen schön auf jeden fall gar keine frage investoren ist immer interessant zu hören was sie für renovierungen bezahlen ob man dafür ein coaching machen muss weiß ich nicht bei youtube gibt es genug werbung dafür werbung ist ja schon genug videos dazu von mir übrigens auch in renovierungs videos mit angabe der kosten mit angabe der gewerken was ich alles gemacht habe ja und im großen und ganzen geht es da wie ich eben gesagt habe über netzwerk also ich habe nichts gelesen oder nichts gehört von ich habe gekündigt hier bin ich ja naja gut also das ist meine meinung zu dem start zu dem zu der veranstaltung von immopreneur zu der selbst beweihräucherung habe ich zumindest so empfunden als selbst beweihräucherung und ansonsten das ding ist ja online ich glaube wenn man sich registriert kann man es nach wie vor sehen und sich angucken irgendjemand hat mir gesagt es wird sogar geld kosten sich das jetzt anzugucken das kann ich aber nicht glauben ich möchte dazu keine aussage treffen weil ich es nicht geprüft habe also aber ich bin sicher ob jetzt gegen entgelt oder kostenlos man kann sich die veranstaltung noch mal angucken macht das bildet euch eure eigene meinung ich habe hier meine screenshots schwarz auf weiß und auf der neuen seite steht es immer noch drauf ja mit dieser 60 prozent erreicht geschichte was ich nicht mehr gefunden habe war das mit in serie also schaut es euch selber an bildet euch eure meinung und liebe wenn ihr meint dass ihr zum anwalt gehen müsst meine adresse findet ihr bei kanalinfo und dann stehen dann die angaben drin ja und dann können wir das gerne auseinandersetzen und ich und außerdem geht jetzt von hier schön gruß an das community mitglied oder an die community mitglieder anwälte und auch an das community mitglied was beim verbraucherschutz arbeitet mir schon angeboten hat da was zu machen aber ich habe es abgelehnt weil es einfach nicht meine art ist den rechtsweg zu gehen ich sage lieber mit offenem visier frei raus was mir nicht gefällt ich wünsche euch allen schönen tag und denkt immer dran nicht alles ist gold was glänzt ja glaubt nicht jeden scheiß den ihr hört wenn irgendeiner sagt er wäre seit 30 jahren investor und muss euch coachings anbieten oder seit zehn jahren seit fünf jahren seit zwei jahren ja noch schlimmer finde ich die die in den zweistelligen bereich gehen und sagen sie werden so lange erfolgreiche immobilieninvestoren wo wir euch dann coachings verkaufen wollen da wäre ich wirklich immer höchst höchst vorsichtig ja das muss nicht heißen dass es nicht stimmt aber ich wäre da vorsichtig und denkt immer an meinen pilz sammler und lasst euch vor allem nie unter druck setzen bei irgendwelchen bewerbungsgesprächen wo nur noch zwei plätze frei sind da werden wir wieder bei den hasen röschen macht's gut ciao